Oh, Kätzchen! Ich weiß, dass ihr spielen möchtet, aber ich brauche die kleine Kugel für unseren Weihnachtsbaum. Seid vorsichtig, Kätzchen. Und macht keinen Unsinn. Ich hole noch Christbaumschmuck vom Dachboden. Kaffee, Kätzchen! Womit können wir denn jetzt spielen? Ich weiß schon, mit dem Schnurrhaarkreisel. Ja! Ach so, jetzt bin ich dran! Katztastisch! Und jetzt bist du dran, Matti! Mein Popo und Schwanz können den Schnurrhaarkreisel ganz, ganz schnell drehen. Du bist dran, Milady! Hi-ja! Und jetzt ist er noch schneller! Vielleicht etwas zu schnell. Oh-oh! Was sollen wir denn jetzt bloß tun? Kätzchen! Ich habe wundervollen Christbaumschmuck gefunden und... Habt ihr etwa die Kugeln vom Baum geholt? Ich dachte, sie gefallen euch. Na gut, vielleicht sehen sie auf dem Boden besser aus. Oh, schaut! Draußen schneit es. Meine kleinen Kätzchen, wie lieb sie sind. Weihnachten ist erst dann Weihnachten, wenn es schneit. Los, lasst uns Schneeengel machen! Super Buffy-Einfall, Pillow! Hey, Matti! Dein Schneeengel sieht ja aus wie ein Fischkeks. Hallo, Buffy-Katz! Hallo, Glitzer! Jetzt, wo du da bist, fühlt es sich wirklich wie Weihnachten an. Ich habe eine Überraschung für euch, Buffy-Katz! Wie würde es euch gefallen, meine Werkstatt zu besuchen? Ein Moment, heißt das! Wir besuchen einen ganzen Tag lang deine Weihnachtswerkstatt, wo alle Weihnachtsgeschenke hergestellt werden? Seht es einfach als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk. Kommt schon, steigt ein! Toll! Wir fahren mit dem Katzenkletten! Ah, hier habe ich ja noch ein paar Weihnachtsmützen für euch. Die sind katztastisch. Vielen lieben Dank, Glitzer. Okay, liebe Eichhörnchen, dann bringt uns mal zum Nordpol. Nordpol. Nordpol? Aber der ist doch viel zu weit weg. Wartet mal kurz. Hier, bitteschön. Nur für den Fall, dass wir auf dem Weg was zu essen brauchen. Ich habe alles dabei. Okay, dann fahren wir mal los! Willkommen in meiner Werkstatt! Wow, das ist mega, Miao! Warte, bis du sie von innen gesehen hast, Milady! Folg mir! Meine Schnurrhaare sind im siebten Himmel! Aus diesen Materialien fertige ich die Weihnachtsgeschenke an. Und hast du hier auch die Zutaten für Weihnachtsplätzchen? Mein Magen knurrt. Nein, Metti, hier mache ich nur das Spielzeug. Oh, ich kann es gar nicht erwarten, dir zuzusehen. Oh ja, ich auch. Wie kannst du in einer Nacht Spielzeuge für alle Katzen auf der ganzen Welt herstellen? Schaut mal hier! Das ist die berühmte Spielzeugmaschine! Tut mir leid, ich muss kurz meinen Magen beruhigen. Dieses Prachtexemplar kann alle Spielzeuge herstellen, die ich will. Ich muss nur diesen kleinen Knopf drücken. Und schon funktioniert es! Also, welches Spielzeug soll denn die Maschine für euch herstellen? Oh, einen elektronischen Kratzbaum! Eine kleine ferngesteuerte Maus! Einen hüpfenden Wollknäubel! Ich möchte eine Riesentorte! Aber, Metti, Torten sind kein Spielzeug. Oh nein! Meine Maschine ist ruiniert! Was soll ich denn jetzt tun? Ich werde es niemals rechtzeitig schaffen! Warte, was gibt es denn noch zu tun? Bis Weihnachten sind es nur noch ein paar Stunden. Und bis dahin gibt es noch ganz viele Geschenke, die ich herstellen muss. Keine Sorge, Glitzer. Wir sind die Buffy-Kids. Wir können dir dabei helfen. Danke, meine lieben Katzenfreunde. Aber wie werden wir nur rechtzeitig mit allem fertig? Wir haben nur eine einzige Nacht. Metti, wenn ich mich recht erinnere, hast du etwas zur Stärkung dabei. Sicher, Lampo. Zum Energietanken habe ich genau das Richtige mitgebracht. Die Nudeln von Oma Pina! Einen guten Appetit, liebe Freunde! Die allerbesten Nudeln von Oma Pina! Ein Teller voller Kopf, mit den Katzen immer prima. Man isst sie heiß, mit ner Soße dazu. Soße dazu! Stark und aufgemattert, führt man sich im Nud. Die allerbesten Nudeln von Oma Pina! Sind besser als ein Doktor. Sie senken jedes Fieber. Man isst sie morgens, mittags abends, wann man mag. Da wünscht die große Zahler für eine Ratschitarre. Der Nudeln! Los kommt, Buffy Cats. Die Katzen dieser Erde zählen auf unserer Unterstützung. Milady hat Ideen, sie ist so katztastisch. Und wir legen los zusammen, das ist fantastisch. Wir sind erfinderisch und basteln der Hemd. Für jede Katze noch ein tolles Weihnachtsgeschenk. Glitter und Metti sind beschäftigt. Milady strengt sich an mit den Katoomoofs. Und Pina ist Meister im Recycle. Mit Lampostats und Kicks gelingt es besser. Schau doch bloß! Tanze herum! Mio! Spreng mit dir schon! Mio! Zu dieser Katztritische Weihnacht. Bei uns daheim! Mio! Katzenverein! Mio! Die ganze Welt durch die Luft und über Land. Bereit ist es soweit, zieht eure feine Kleine an. Und wir wünschen dir fröhliche Weihnacht. Tanze herum! Mio! 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 Fröhliche Weihnacht! Für... Mio! Dich! Das ist das letzte Spielzeug. Wir haben es geschafft, Glitzer! Ja! Die Geschenke sind fertig, aber es ist fast Mitternacht. Ich werde es niemals schaffen, sie rechtzeitig an alle Katzen auszuliefern. Wir müssen die Geschenke so in die Luft schleudern, dass sie bei allen gleichzeitig landen. Äh, Lampo, weißt du noch, was mit Oma Pinas Weihnachtsbaum war? Wir machen genau das Gleiche. Wir benutzen den Schnurrhaarkreisel. Was ist das? Das ist die Lösung für unser Problem. Buffy Cats, wir schleudern den Schnurrhaarkreisel in den Geschenkehaufen, sodass sie alle davonfliegen. Aber woher wissen wir, dass alle Katzen ihr Geschenk erhalten? Gebt dem Schnurrhaarkreisel nur ordentlich Schwung und ich übernehme dann den Rest. Gute Idee, Glitzer. Bereit, Buffy Cats? Total bereit, Milady. Dreh ihn noch schneller, Pilo. Katztastisch. Jetzt bist du dran, Matty. Du bist dran, Milady. Pack auf, Glitzer. Wow, das war wirklich ein unglaublicher Schuss, Buffy Cats. Aber wie hast du das gemacht, Glitzer? Ein Weihnachtswunder? Auf Wiedersehen, Buffy Cats und vielen Dank für eure Hilfe. Ihr habt dabei geholfen, dass alle Katzen rechtzeitig ihr Weihnachtsgeschenk erhalten. Der hier gehört euch, meine lieben Katzenfreunde. Behalt ihn nur, Glitzer. Du kannst ihn besser gebrauchen. Ihr habt so viel für mich getan. Das werde ich nicht vergessen. Danke. Euch ein katztastisches Weihnachten, Buffy Cats. Ein katztastisches Weihnachtstest, Glitzer. Auf Wiedersehen. Kätzchen, der Weihnachtskuchen ist fertig. Entschuldigung, Entschuldigung, ich komme schon. Wenn es ums Essen geht, ist Matty auf jeden Fall der schnellste von uns. Hier ist ein besonderer Kuchen für meine Lieblingskätzchen. Mit Oma Pinas Kuchen ist Weihnachten einfach immer katztastisch. Ja, das stimmt, Matty. Aber es wäre noch schöner, wenn wir auch ein paar Geschenke bekommen hätten. Aber wir haben Glitzer dabei geholfen, dass wirklich alle Katzen Weihnachtsgeschenke kriegen. Kätzchen, seht mal, da lag was vor der Tür. Vier Weihnachtsgeschenke. Die müssen für euch sein. Wow, Glitzer hat für jeden von uns einen Schnurrhaarkreisel gemacht. Das sind wirklich katztastische Weihnachten. Und fröhliche Weihnachten euch allen. Weihnachten steht vor der Tür. Komm, Kätzchen, hilf mir, den Weihnachtsbaum zu schmücken. Bälle, ich kann nicht widerstehen. Ich muss es einfach tun. Kätzchen, was macht ihr denn da? Freche Kätzchen. Diese Kugeln sind doch Schmuck für unseren Weihnachtsbaum. Ja, genau. Morgen ist nämlich Weihnachten, Kätzchen. Ihr bekommt viele Geschenke, wenn ihr brav seid. Und jetzt? Jetzt bereite ich das Weihnachtsessen vor. Es gibt Nudeln. Macht ja keine Unordnung. Ach, du liebes Fleischklößchen. So viele Bälle. Los, kommt rein. Lasst uns damit spielen, Buffy-Katz. Matti, bitte. Hast du nicht gehört, was Oma gesagt hat? Keine Unordnung. Okay, geht klar, Milady. Oh Leckerchen. Oh Leckerchen, oh Schleckerchen, oh Nascherei. Die Katzen der Welt warten auf ihre Weihnachtsgeschenke und wir werden pünktlich liefern. Fröhliche Weihnachten, kleiner Vogel mit der Eichel. Wartet, was tut ihr da? Halt! Hey, hört auf, der Eichel hinterher zu jagen. Unsere Weihnachtsgeschenke fallen runter. Buffy-Katz, seid artig. Oma kocht Nudeln für uns. Und es kann sogar sein, dass wir Geschenke bekommen. Matti, Lambo, hört auf, mit den Lichterketten zu spielen. Ich hab doch gar nichts gemacht. Und das gerade war auch nicht mein Magen, ausnahmsweise. Wehen wir draußen nach, Buffy-Katz. Oh, so ein Pech. Was wird der Weihnachtsmann sagen? Hä? Der Weihnachtsmann? Ich bin Glitzer, einer der Gehilfen des Weihnachtsmanns. In dieser Nacht muss ich Katzen auf der ganzen Welt Geschenke bringen. Aber ich habe sie fallen lassen, als ich über eure Stadt geflogen bin. Mjam, die ist bestimmt lecker. Wenn ich es heute nicht schaffe, alle Geschenke zu verteilen, dann lässt mich der Weihnachtsmann bestimmt nicht mehr sein Gehilfe sein. Nicht weinen, Glitzer. Wir sind die Buffy-Katz und wir helfen Katzen, die in Not sind. Wir helfen dir, die Geschenke wiederzufinden. Du liebes Fleischklößchen, schaffen wir das überhaupt? Glitzer hat doch gemeint, er muss sie heute Nacht noch verteilen. Na klar geht das. Die Energie dazu holen wir uns von. Kätzchen, die Nudeln sind fertig. Oma Pinas Nudeln! Dann guten Appetit, Freunde. Die allerbesten Nudeln kocht Oma Pinas. Ein Teller voller Kraft, mit den Katzen immer prima. Man isst sie heiß mit ner Soße dazu. Soße dazu! Statt und abgemuntert fühlt man sich immer. Die allerbesten Nudeln kocht Oma Pinas. Sind besser als ein Doktor, sie senken jedes Fieber. Man isst sie morgens, mittags, abends, was man macht. Da ist der große Zauber für einen ganzen Tag. Kraft, die Nudeln! Jetzt sind wir stark genug und schaffen alles. Los geht's! Meine Schnurrhaare zeigen uns, wo wir die verlorenen Geschenke finden. Danke, Lampo. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Da ist eins. Gefangt! Geschenk Nummer eins! Und da ist das nächste! Ha! Hab es! Ups! Tut mir leid, Matty! Da oben liegt noch eins, Pilu! Aber wie kommen wir da nur ran? Ich mach das schon! Gut gemacht, Milady! Meine Schnurrhaare zeigen auf das Zifferblatt der Turmuhr. Also, ich fehle da kein Geschenk. Da ist es doch, Pilu! Es liegt zu Füßen der Kuckuckskatze. Ich hole es! Keine Sorge! Gleich kriege ich es! Biau! 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 Das kann nicht wahr sein! Biau! Jetzt hab ich's! Biau! Danke, Glitzer! Das hast du toll gemacht, Lampo! 39, 40, 41, 42, 43... Und? Find das alle Geschenke? Hm, eine Sekunde. Oh nein! Nein! Ein Geschenk fehlt! Und es ist beinahe Mitternacht! Wo kann das letzte Geschenk sein? Meine Schnurrhaare verraten uns! Es muss irgendwo da sein! Oh nein! Das letzte Geschenk liegt vor der Villa, in der Boss lebt. Ist das denn ein Problem? Ja, und was für eins... Boss ist der gemeinste Kater der Stadt! Es gibt keine Katze auf der ganzen großen Welt, die Weihnachten nicht mag! Da kennst du Boss schlecht! Boss greift an! Boss ist jetzt im Ballbesitz! Alle Zuschauer applaudieren für Boss! Es sieht aus, als würde Boss gleich wieder gewinnen! Oh! Au! Au! Oh! Ein Geschenk? Für mich? Hm! Das Geschenk ist in Vincents Haus! Buffy-Katz, wir müssen da rein, und zwar schnell! Ich lasse mir Zeit! Ich öffne es nicht vor Mitternacht! Hey! Was wollt ihr denn hier? Und wer bitte ist diese Katze im Clowns-Kostüm? Ich bin Glitzer! Ein fleißiger Gehilfe des Weihnachtsmanns! Boss! Wir wollen das Geschenk zurück! Hm? Hm! Glitzer hat das Geschenk nämlich verloren! Und er braucht es! Er verteilt Weihnachtsgeschenke an alle Katzen auf der ganzen Welt! Und er ist schon super spät dran! Weihnachten? Wen interessiert Weihnachten? Dieses Geschenk ist auf meinem Grundstück gelandet, also behalte ich es auch! Nein! Das kannst du vergessen! Hä? Nein! Lieber Boss, du behauptest zwar, dass dir Weihnachten egal ist, aber ich erinnere mich noch gut daran, als du ein kleines Kätzchen warst! Was willst du davon wissen? Ich weiß noch ganz genau, was du dir zu deinem ersten Weihnachtsfest gewünscht hast! Ach ja, das war eine Spielzeugmaus! Wie viele glückliche Stunden habe ich mit diesem wunderbaren Geschenk verbracht! In diesem Moment wartet ein kleines Kätzchen auf dein Geschenk! Und ob sein Weihnachtsfest schön wird oder nicht, hängt allein von dir ab, Boss! Na dann, nimm es! Nett von dir, Boss! Genau darum geht es an Weihnachten! Wartet einen Moment! Lasst mich nur kurz nachsehen, wer dieses Geschenk bekommen soll! Ja! Dieses Geschenk ist für dich, Boss! Für mich? Was? Ach echt? So wie es aussieht, hat es sich auf diese wundersame Weise seinen Weg zu dir gesucht! Das habe ich euch doch gesagt! Ich wusste von Anfang an, dass es meins ist! Und jetzt verschwindet aus meinem Haus Buffy-Katz! Machen wir, Boss! Fröhliche Weihnachten! Ihr seid toll, Buffy-Katz! Das Weihnachtsfest aller Katzen ist gerettet! Und das alles nur dank euch! Es war uns eine Ehre, Glitzer! Ich weiß nicht, wie ich euch danken soll! Naja, natürlich weiß ich wie! Aber es wird eine Überraschung! Es wird Zeit, dass ich die Geschenke überbringe! Oh Leckerchen! Oh Schleckerchen! Oh Nascherei! Tschau! Danke, Glitzer! Macht's gut, Buffy-Katz! Das wird ein katztastisches Weihnachten für alle! Das seid ihr ja! Kätzchen, wo habt ihr denn nur gesteckt? Ach, ist das schön, ihr Lieben! Ich wünsche euch fröhliche Weihnachten! Vier Geschenke im Sternlicht! Die Sterne strahlen wie sonst nirgendwo und sagen Hallo! 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 Schön wie hier scheinen sie nirgendwo! Und voll Eleganz! Und voll Eleganz oben am Lichterkranz schlacken! Und voll Eleganz! Und voll Eleganz! Und voll Eleganz! Man schlackt! Und voll Eleganz! Schах 가는 kurzer Mauer! Buffy-Google-Meialr-Bei-Katz-Bude-Katz! Vielen Dank.